Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Karl von Osjetzky ist die größte wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des Stadtstaates Hamburg und der Hamburger Region. Die öffentliche Bibliothek ist insbesondere eine zentrale Bibliothek der Universität Hamburg und anderer Hamburger Hochschul- und Forschungsinstitutionen. Sie dient der Literatur- und Informationsversorgung von Wissenschaft, Kultur, Presse, Wirtschaft und Verwaltung. Die Bibliothek wird von der Freien und Hansestadt Hamburg getragen und versieht die Aufgaben einer Landes- und Archivbibliothek. Zudem hat sie als Staatsbibliothek das Pflichtexemplarrecht für Hamburg inne. Sie nimmt somit eine bedeutende Stellung innerhalb der Hamburger Bibliotheken ein. Zu Ehren des aus Hamburg stammenden Friedensnobelpreisträgers und Opfer des Nationalsozialismus trägt sie den Namen von Karl von Osjetzky. Die derzeitige Direktorin ist Gabriele Beger. Lage Ihren Hauptsitz hat sie seit 1945 im Stadtteil Roterbaum im Bezirk Eimsbüttel. Hier liegt sie zentral am Hauptcampus des Universitätsviertels mit weiteren zentralen Einrichtungen der Universität Hamburg und nahestehenden Institutionen. Geschichte Als erste öffentliche Bibliothek in Hamburg wurde 1479 eine Ratsbibliothek eingerichtet. Sie war im Rathaus untergebracht und geht auf eine Stiftung des Bürgermeisters Hinrich Murmister zurück. Murmister hatte in Italien Jura studiert und war dort mit dem Humanismus in Kontakt gekommen. Die Bibliothek sollte jedem ehrbaren Manne offen stehen. Für einige Jahre finden sich in den Akten der Hamburger Kämmerei Ausgaben der Stadt für den Unterhalt der Bibliothek. Über ihren endgültigen Verbleib ist allerdings nichts bekannt. Nach der Reformation 1529 wurde in Hamburg von Johannes Bugenhagen eine neue Kirchenordnung eingeführt. Damit wurde nicht nur eine neue Lateinschule, das Johannäum, eingerichtet, sondern auch eine Bibliothek, die in den Schulräumen im ehemaligen Kloster St. Johannes aufgestellt war. Darin sollten nach der Kirchenordnung alle Bokegut und Bose versammelt werden. Wahrscheinlich wurden in dieser Bibliothek vor allem die Bücher der durch die Reformation aufgelösten Klöster aufgestellt. Als 1610 die Schule reformiert wurde und am Johannäum mit der Einrichtung des akademischen Gymnasiums begonnen wurde, warb der Ratsherr und spätere Bürgermeister Sebastian von Bergen Geld und Buchspenden ein. Stiftungen wurden nicht nur von Ratsherren und Hamburger Gelehrten gemacht, sondern auch von einigen Zünften. Die Bücher, die erworben und gestiftet wurden, waren hauptsächlich repräsentative Ausgaben der antiken Klassiker und Werke der Theologie und Geschichte. Sie wurden zunächst in der Prima des Johannäums aufgestellt. Stiftungen des 17. Jahrhunderts der Gelehrte und Jurist Friedrich Lindenbruch vermachte der Bibliothek seine Sammlung, die neben humanistischen und juristischen Werken auch wertvolle Handschriften enthielt. Der Mathematikprofessor Johann Adolf Tessius verkaufte der Stadt Hamburg seine Bücher und mathematischen Instrumente für eine Leibrente von lübischen 60 Mark für sich und seine Frau. Der Wert der Sammlung soll die Zahlung weit überschritten haben. Sein handschriftlicher Nachlass kam nach seinem Tode ebenfalls an die Bibliothek. Der Stadtphysikus Paul Marquard Schlegel vermachte der Bibliothek seine medizinische Literatur und Präparate. Der Platz in den Klassenzimmern reichte nicht mehr aus, sodass 1648 ein Bibliothekssaal im Johanniskloster über dem Gymnasium hergerichtet und repräsentativ ausgestaltet wurde. Besonderen Eindruck machte auf die Zeitgenossen eine Kuppel, in der der Sternenhimmel mit den Sternen, Sternbildern und Gradkreisen dargestellt war. Also eine Art Himmelsglobus. Die Sterne bestanden aus vergoldetem Blech und waren an ihrem natürlichen Ort angebracht. Die Positionen hatte ein Mathematiker in die Kuppel übertragen. Otto Wagenfeld besorgte die künstlerische Gestaltung. Es wurde auch erstmals ein Besoldeter Bibliothekar berufen und eine Bibliotheksordnung erlassen. 1696 Abgabepflicht für Hamburger Drucker und Verleger Die Stadtbibliothek besitzt das Pflichtexemplarrecht 1751 Sie wird öffentliche Stadtbibliothek und erhält eine Bibliotheksordnung und für den Bestand von 50.000 Bänden wird an gleicher Stelle ein Neubau errichtet. 1781 Öffentliche Ankündigung Die Hamburgische Stadtbibliothek soll künftig noch gemeinnütziger gemacht werden. 1801 Sie erhält einen jährlichen Erwerbungsetat. 1840 Umzug mit der Gelehrten Schule des Johanniums in den Neubau des Johanniums am Sperrsort auf dem Grundstück des vormaligen Doms, wo sie vom Hamburger Brand verschont wird. 1919 Gründung der Universität Hamburg Die Stadtbibliothek übernimmt zusätzlich die Aufgabe einer Universitätsbibliothek. Nach dem Auszug der Gelehrten Schule des Johanniums wird im Gebäude auch die Kometsbibliothek untergebracht. 1921 Mit dem ersten Hamburgischen Hochschulgesetz vom 4. Februar 1921 wird die Institution in Staats- und Universitätsbibliothek umbenannt. 1943 Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges Im Jahre 1943 war der Bestand auf ca. 850.000 Bände angewachsen, von denen 700.000 bei den Luftangriffen vernichtet worden sind. Die Hamburger Bibliothek war die deutsche Bibliothek mit den größten Kriegsverlusten. Nur ein Teil des Buchbestandes war vor den Luftangriffen ausgelagert worden. 1945 bezieht die Bibliothek das Gebäude des Wilhelm-Gymnasiums im Universitätsviertel. 1960 Ein Büchermagazin wird errichtet. 1968 Ein Verwaltungsgebäude kommt hinzu. 1982 Der letzte Trakt des Gebäudekomplexes wird fertiggestellt und für die Nutzer freigegeben. 1983 Am 50. Jahrestag der Nationalsozialistischen Bücherverbrennung erhält sie den Namen Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg-Karl von Osjetzky zur Ehrung des pazifistischen Publizisten und Friedensnobelpreisträgers, der 1933 von den Nationalsozialisten verhaftet wird und an den Folgen seiner Haft im Konzentrationslager verstarb. Sie sammelt daher neben umfassender Literatur zu Politik und Friedensforschung, pazifistische und antimilitaristische Literatur sowie Veröffentlichungen zu von Osjetzky in allen europäischen Sprachen im Karl von Osjetzky-Lesesaal als Zentrum des Gedenkens, der auch die Bibliothek und Archiv der Walter A. Behrends Sohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur beherbergt. Bestand Der aktuelle Bestand der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg bemisst sich auf rund 5 Millionen Print- und elektronische Medien. Der größte Teil des Bestands ist magaziniert. Die aktuellen Bestände der jeweils letzten 10 Jahre stehen offen im SB-Bereich. In den Leseseelen sind die wichtigsten Nachschlagewerke, Handbücher und Zeitschriften. In Sonderleseseelen auch Spezialbestände verschiedener Gebiete frei zugänglich, insgesamt rund 150.000 Bände. Ebenso eine umfangreiche Sammlung von bibliografischen und biografischen Nachschlagewerken sowie für Studierende eine Lehrbuchsammlung mit Mehrfachexemplaren aus den verschiedensten Fachgebieten. Jährlich kommen zum Bestand der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg etwa 65.000 neue Bände hinzu. Die Bibliothek ist am Sondersammelgebietsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft beteiligt und erwirbt hierbei für die Gebiete Spanien und Portugal. So wie indigene Völker Nordamerikas und der Arktis die deutsch- und fremdsprachige Literatur so vollständig wie möglich. Darüber hinaus bildet die Lateinamerikanistik in der ehrengeschlossenen Lingabibliothek einen traditionellen Schwerpunkt. Als Landesbibliothek der Freien und Hansestadt Hamburg sammelt die Bibliothek mit gesetzlichem Auftrag als sogenannte Pflichtexemplare alle in Hamburg publizierten Druckwerke, elektronischen Publikationen und Tonträger. Daneben wird alle inhaltlich auf Hamburg bezogene Literatur möglichst umfassend erworben und in der Hamburg-Bibliografie verzeichnet. Da der Buchbestand der Sub von Säure-Fraß bedroht ist, hat die Bibliothek unter der Schirmherrschaft der damaligen Hamburger Kultursenatorin Karin von Welk eine groß angelegte Rettungskampagne unter dem Titel Hamburg ohne Worte gestartet, die bundesweite mediale Aufmerksamkeit gefunden hat. In den Hamburger wissenschaftlichen Bibliotheken sind rund vier Millionen Bände Säure geschädigt. Der Finanzbedarf für die Entsäuerung allein der 1,4 Millionen. Für die Sammlungen besonders wichtigen Bände wird auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Seit dem Jahr 2009 stellt die Behörde für Wissenschaft und Forschung auf einer Haushaltsstelle Maßnahmen zum Erhalt der gefährdeten Bestände in wissenschaftlichen Bibliotheken 0,8 minus eine Million Euro zur Massenentsäuerung zur Verfügung. Damit können jährlich etwa 60.000 Bände aus den Erscheinungsjahren 1840 bis 1990 stabilisiert und für die Nachwelt erhalten werden. Gebäude Im Hauptgebäude der Bibliothek befinden sich das Ausleihzentrum mit SB-Bereich und Lehrbuchsammlung, das Informationszentrum, 5 Lesesäle, die Medienwerkstatt, ein Vortragsraum, ein Ausstellungsraum sowie eine Cafeteria. Im Altbau befinden sich der Karl von Osjetski, Lesesalb, die Wolfgang Schweizer Bibliothek, Homöopathische Bibliothek Hamburg, die Bibliothek des Ärztlichen Vereins, das Wolfgang Borchert Archiv, die Lingabibliothek und die Forschungsstelle für deutsche Excelliteratur. Bis 2014 befand sich hier auch die Hamburger Theatersammlung und das Zentrum für Theaterforschung. Mit der Übergabe der Bestände von der Universität Hamburg wurden diese mit den theaterhistorischen Beständen der Bibliothek vereint. Sie können nunmehr über den Campuskatalog ausgeliehen werden. Als Magazin dienen ein 16-stückiger Turm, ein Kompaktmagazin sowie eine Speicherbibliothek in Bergedorf. Aufgaben Die Bibliothek hat als Universitätsbibliothek die Aufgabe einer zentralen Bibliothek des Bibliothekssystems der Universität Hamburg und einer zentralen Bibliothek der anderen Hamburger Hochschulen. Als Staatsbibliothek hat sie zudem die Rolle einer Landes- und Archivbibliothek. Mit dem gesetzlichen Auftrag zur Sammlung und Archivierung der in Hamburg verlegten Druckwerke und amtlichen Druckschriften sowie die umfassende Sammlung von auf Hamburg und die regionbezogenes Schrifttum. Sie dient mit ihren umfangreichen Beständen und Informationsleistungen der Wissenschaft, der Kultur, der Bildung und der beruflichen Arbeit und Fortbildung. Als Kulturinstitut beteiligt sie sich an der Pflege der geschichtlichen Überlieferung und des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens in der Hansestadt, deren wissenschaftliches und kulturelles Gedächtnis sie mitbildet. Sie ist dem Liedsatz der Freiheit von Forschung und Lehre verpflichtet und beschafft. Er schließt und vermittelt Informationsquellen aller Fachgebiete als einer allen interessierten Personen offenstehenden Einrichtung. Zu den weiteren Aufgaben zählen unter anderem die Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder die Kooperation mit in und ausländischen Bibliotheken und wissenschaftlichen Informations-Einrichtungen, wie die Teilnahme am nationalen und internationalen Fernleihverkehr sowie dem Schnelllieferdienst. Die Sondersammelgebiete, siehe auch, Sondersammelgebiete Spanien, Portugal, indigene Völker Nordamerikas und der Arktis. Bibliothekssystem Universität Hamburg Zum virtuellen Dachbibliothekssystem Universität Hamburg gehören die Staats- und Universitätsbibliothek Karl von Osjetzky, die Bibliotheken der Universität Hamburg sowie die Ärztliche Zentralbibliothek des UKE. Auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen stimmen sich die beteiligten Bibliotheken in Fragen der Erwerbung, Bereitstellung und Nutzung von Medien organisatorisch ab. Zuständigkeiten Die SUB ist Zentrale Ausleihe- und Archivbibliothek Hamburger Hochschulen. Als bibliothekarisches Kompetenzzentrum betreibt sie gemeinsam mit dem Regionalen Rechenzentrum die Bibliothekstechnische Infrastruktur für die Erschließung und Bereitstellung der Medien. Die Bestände der Stabi und der Fachbibliotheken werden in einem gemeinsamen Online-Katalog nachgewiesen. Die Bibliotheken der Universität Hamburg gliedern sich in 16 Fachbibliotheken, 11 Forschungs- und Spezialbibliotheken sowie 10 Sondersammlungen mit einem Bestand von ca. 3,8 Millionen Medien. Die Ärztliche Zentralbibliothek ist rechtlich betrachtet nicht Teil der Universität, gehört aber dennoch zum Bibliothekssystem Universität Hamburg. Sie versorgt sowohl Studierende der Medizinischen Fakultät als auch das Fachpersonal des Universitätsklinikum Hamburg-Geppendorf. Verlag Die Bibliothek betreibt mit Hamburg University Press einen eigenen Verlag. Alle Werke dieses Verlages sind per Open Access kostenfrei zugänglich. Virtuelle Fachbibliothek Die Staats- und Universitätsbibliothek betreibt eine virtuelle Fachbibliothek. Zybera zum Thema Ibero-Amerika, Spanien, Portugal. Stella Seit 2004 war Stella der Bibliotheks-Chatbot auf der Webpräsenz der Bibliothek zugegen. Stella unterstützte die Nutzer bei der Navigation durch die Webpräsenz und erleichterte vor allem die Nutzung der elektronischen Dienste. Ein Team von Mitarbeitern wertete häufig gestellte Fragen aus und passt die Stella zugrunde liegende Datenbank dementsprechend an. Seit dem Relaunch der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg am 3. März 2016 ist Stella nicht mehr auf der Website im Einsatz. Ausstellungen Es werden im Jahr etwa acht Ausstellungen im Ausstellungsraum und im Gang zum Lichthof präsentiert. Ausstellungen